Lange mussten wir warten auf den langersehnten Frühling 2018. Jetzt ist er da, zusammen auch mit dem wunderschönen Gabriele von Mercedes-Benz. Der Vierplätzer bringt 333 PS sicher auf die Strasse und macht einen Haufen Spass. Das Modell gibt es übrigens schon mit dem 1,6 Liter Einsteiger. Ich kann nur sagen, unbedingt mal die Probe fahren. Ich kann nur sagen, unbedingt mal die Probe fahren.